Das ist Bimo Banjo. Er will der beste Timo-Spieler auf dem ganzen Planeten werden. Ob er der Solo-Q gewachsen ist, werdet dieser Series erfahren. Seht nun Timo Road to Glory. Heute Road to Platin. Nachdem es beim letzten Mal auf der Top-Lane nicht wirklich gut geklappt hat, dachte ich mir, gehe ich mal in die Mitte hin und schaue was da passiert. Wow. Cool. Cool, danke. Danke, Riot. Nachdem es beim letzten Mal auf der Top-Lane nicht wirklich gut geklappt hat, dachte ich mir... Nachdem es beim letzten Mal auf der Top-Lane nicht wirklich gut geklappt hat, dachte ich mir, gehe ich mal in die Mitte hin und schaue was da passiert. Okay. Nach 20 Minuten endlich mal ein Game Drin. Danke. Right. Okay. Was? Was? Damn. Pfff, 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 pfff. Okay. 4v5. Oh no, man. Oh no. Wieso hat die 80s? Das kann das werden, das Game. Naja, mittlerweile kam der Jungle auch wieder zurück, hat sein Leash bekommen und ich hatte wieder Hoffnung für das Game. Oh, man. Alter. Egal, egal. Wir haben... Ah, der hat einen Shutdown. Auch cool. Boop. Boop. Zum Glück waren die Gegner zu dumm, um Minions zu zählen. So konnte unsere Nico ein paar gute Plays machen. Let's go, Junge. Hm, dieses andere Spare-Healing. Wer hat Anti-Heal von den Jungs? Okay, danke dir, Sin, Bro. 1000 Takedowns, yo. Irgendich verliert das Game wahrscheinlich. Dauer. Und nachdem wir das restliche Game nur noch Bluens Tower Defense gespielt haben, ist das passiert. Ach, nö. Ich habe ein Video. Ich werde einfach durch, Junge. Okay, Big. Komm, Gönn, komm, Gönn, komm, Gönn. Oh, mein Gott. Die haben das gewonnen. Alter. Eine Stunde gebraucht für ein Game. Holy shit. Okay, let's go, Alter. Ich habe meistens Minus noch bekommen, what the fuck. Ich war noch positiv, ich habe Most Damage. So schön die erste Runde war, so schlimm war leider die zweite Runde. Okay, Lilia. Warum geht's nicht rein jetzt? Der Peik ist doch nicht da. Ich bin tot. Aua. Oh. Oh. Und warum fighten wir 2 gegen 5? Okay. Gut. Wie ihr seht, kann es noch wirklich eine Weile dauern. Aber keine Angst, in den nächsten Videos werden mehr Games drin sein. Bis zum nächsten Mal.